Die Staatsmeisterschaft für steirische Harmonika, Akkordeon und Mundharmonika ist an diesem verlängerten Wochenende in St. Peter Freidenstein ausgetragen worden. 400 Teilnehmer sind aus allen Bundesländern und Südtirol zum Tag der Harmonika angereist. 35 Fachjuroren vergaben die Preise in zahlreichen Klassen. Ziel des vom österreichischen Harmonikaverband durchgeführten Wettstreites ist es, die Harmonikamusik zu fördern.